Fleisch, und es ist gerade Nacht und Nebel, ey. Dann mache ich hier mal mit dem... Ihr heißt ja, Tata. ... eine Nacht und Nebel-Aktion. Ha! Da stehst du da und wirst plötzlich von der Seite ein geknabbert. Ich stehe ja auch nicht in einem Club an dem Mädel und knabber sie von der Seite ein. Nicht? Halalala. Den gehen direkt reinbeißen. Direkt so am Mainz. Ich bin ein echter Country-Boy. Wieso kriege ich vom Totenfirma Holz? Vielleicht hat er ja mal jemanden gefressen mit Holz. Eine tote Firma? Ha! Ha! Dann versteckst du dich eben und gleich... Ja, dann versteckst du dich jetzt eben und dann... Nee, das macht doch keinen Sinn. Das steht doch sowieso da nur rum. Ja erstmal, Torm und ich warten. Wir laufen jetzt gar nicht los. Ich bin gleich da. Zwinger. Torm und ich laufen jetzt nicht los. Wir bleiben aber stehen. Einfach bis gleich. Fähig beeil mich. Ja, wir bleiben aber stehen. Ich finde, der Schrank sieht jetzt richtig schön aus. Der Schrank sieht jetzt aus wie ein Zebra. Zebra eigentlich nicht. Ja, weil ich überall so kleine schwarze Löcher hin haue. Das ist jetzt ein Zebra-Schrank. Von denen gehen die ganzen schwarzen anderen Punkte nicht mehr weg. Ich hau gerade auf dem Nachtschrank rauf. Ja, das ist so ein schöner Zebra-Schrank grad, ne? Oh! Das Bett ist kaputt. Was? Man kann das Bett kaputt schlagen? Ja! Zebra-Schrank. Sieht immer schön aus. Sieht immer schön aus. Ich bewege mich jetzt ganz dezent, damit ich nur auf die andere Seite schlagen kann noch. Oh, eigentlich müsstest du mal zu mir kommen, ne? Der sieht so schön aus. Ich würde dich locker für eine Million verkaufen und sagen, ich bin Künstler. Aber du musst, bevor wir losgehen, Torben, erst diesen Schrank angucken. Ich bin so schön modifiziert. Ich hoffe, du siehst auch die ganzen Löcher. Äh, bei mir die Löcher, die sind sehr eindeutig, was ich gemacht habe. Ansonsten macht los. Sieht sehr schön aus. Und aus dem... Ah, da bist du! Jetzt guck mal hier. Das ist ein Zebra. Holy cow, Alter! Von allen Seiten hier. Sieht aus wie irgendwie so ein Kakerlacken-Pess oder so. Oh mein Gott, ey! Das sieht geil aus. Aber das sieht auch richtig sexy aus. Was man aus Langeweile macht. Und das Bett ist auch wieder heile. Ey, mein Skill ist so unnötig. Ich zünde ihn jetzt einfach, weil ich es kann. Wow. Geil. Bringt jetzt gerade nicht viel, ne? Geil! Kannst du nichts machen? Oh, warte. Komm hier jetzt. Oh, das wollte ich nicht. Schieß ein Tor. Oh Gott. Warte, warte. Oh. Ich habe ein nützliches Versteck hier. Ja, bleib hier, bleib hier. Das ist total unauffällig. Muss ich genauer runter machen, Tom. Dann brauchst du dich nicht mehr drückt halten. Aber guck mich an. Guck mich an. Guck mich dabei an. Das hat schon gehe gerade mit meinem Hintern, Alter. Ich darf sie nicht bewegen. Ja! Okay, ich laug weiter. Oh nein. Nein. Vorne richtig so. Hm. Oh nein. Guck mich mal an. Jetzt so. Richtig so. Hm. Creepy as fuck, Alter. Warte, warte, warte. Was denn? Meinst du das hier? Hm? Warte, warte, warte. Jetzt. Warte, warte, warte. 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 Warte, 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 warte. wow warte warte holy moly holy fuck so madame ist hier reingelaufen was natürlich zu oh lebst du? warte oder? lol toll ok lauflaufe godo 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 du hältst hier schmiere ne? danke wieso ich? warum einfach random irgendwo langlaufen wo zur Hölle geht es hier lang? huh nach unten scheiße oh ich bin hier richtig warte mal oh jetzt ist er traurig warte ich komm wieder oh ist tuff tuff hallo nein 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 ok ernsthaft Leute geister das ist jetzt nicht euer ernst kommen die jetzt immer wieder? werde ich jetzt von geistern nicht verfolgt? oder wie? ich schätze mal ich weiß wo ich lang muss hm ich bin grad durch dieser ich bin hier durch gefallen? lol nicht euer ernst 都 ja ich bin hier